Moin ihr Baggerlooten, heute immer noch ohne Facecam oder schon wieder ohne Facecam in Körbe war es ja auch. Ich bin immer noch krank und ja, dementsprechend auch meine Stimme und ich glaube, so einen rotzigen Knub will keiner sehen. So, alright, also, ähm, warte mal, hier, hier, hier waren wir doch schon, hier waren wir doch schon mit einem durch. Wurde ich schon sagen, neue Aufnahme-Session. Ähm, hat er hier zuletzt gespeichert? Ja, Tatsache, hat er. Okay. Ach ja. Uts. Genau, stimmt, so war das. So und nicht anders. So, dann hatten wir hier aber, glaube ich, nochmal was geguckt, oder? Warte mal, haben wir da hinten jetzt nicht noch... Ach Gott, wir müssen jetzt hier nochmal was doppelt spielen, was ist das denn? Das ist ja blöd. Im Ernst. So, ich glaube, hier links war was, genau. Hinter dem fetten Grave. So, ähm, ich finde das ganz schön cool. Alice ist das Spiel mit der meisten Beteiligung. Ach Gott, jetzt muss ich echt den ganzen Rotz nochmal machen. Ja gut, komm, was soll's. Machen wir jetzt. So. So. Klatsch. Oha. Das heißt, ihr schreibt hier so viele Kommentare rein. So, und Carsten Winnefeld, einer meiner Abos. Erzähle mir mal bitte, warum kann ich bei dir nicht antworten? Bei jedem kann ich direkt auf Antworten klicken. Bei dir kann ich nicht auf Antworten klicken. Warum nicht? Also auf deine Kommentare. Meine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. So, hier war nichts mehr und ich glaube, dann konnten wir hier runter, ne? Ja. Genau, da wären wir reingekommen. Alles klar. So, genau. Und hier hatten wir... Ach nee, warte mal. Hier war ja noch... Warte mal, war hier nicht einer der Radularräume? Nee, ne? Nee. Nee, ich hätte gedacht, der hätte an der letzten Stelle da hinten gespeichert. Ich bin nämlich extra nochmal... Einmal weiter gehüpft. Hatte gedacht, nee. Na, schade. Ähm. Ja, warum kann ich bei dir nicht antworten? Warum kann ich bei dir nicht antworten? Das wundert mich. Das irritiert mich. So, okay. Und hier bin ich das letzte Mal nämlich auch schon hochgehüpft. Hatte hier diesen Ladevorgang. Und habe gedacht, dass er hier jetzt eigentlich, ähm, gespeichert hätte. Hat er halt nicht. Na gut. So, haben wir hier noch irgendwas Witziges? Nö. Dann auf zur nächsten Rutschpartie. Ja. Gott, oh Gott. Nicht, dass da noch irgendwie was... Äh, ich will diesmal links. Au. Okay, kein Rand mehr. Uh. Easy. Den wollte ich auch mitnehmen. Da wollte ich erstmal ausweichen. Oh. Perfekt. Wer es kann? Richtig, der kann es. Aber jetzt bin ich gerne auf die Seite. So, okay. Ist hier irgendwas los? Hallo? Hallo? Was ist das denn? Kolossaler Verfall? Ist ein Rollstuhl dabei oder was? What ist das denn? Alter, Finne. Alter, Finne. Ich wohne hier weg. Der frisst mich. Bist du bescheuert? Weg, 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 weg. So wieder ins Target. Alter, Finne. Ist das dein Ernst? Ah. Zu spät. Zu spät. Nochmal? Du kriegst mich nicht. Aha. Verkackt. So, hab ich den Rest von den Sachen jetzt weg oder was? Ich komm hier nicht weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Wir werden nicht so durch, Junge. Ich muss mich doch nicht wirklich von dem treffen lassen, oder? Ah. Fuck off. Junge, Junge, Junge. Au. Ich glaub, wenn du mich umbringst, überlebe ich das nicht. So, komm. Ja, jetzt macht er wieder sein Stuff. So, die kann ich nicht zurückschießen, okay? Ich muss tatsächlich draufballern, bis zum Gehtnichtmehr, okay? Das ist der Trick. Ausweichen, abwehren, draufballern. So, und wie der Castellator geschrieben hat, das war jetzt nur eine Vorstellung von diesem Boss. Oder von diesem neuen Gegnertypen. Okay. Gut. So, aber wir wollen hier jetzt noch einmal gucken, ob hier was ist. Das heißt, der richtige Kampf wird mit dem Teil quasi noch kommen. So. Oh, wir können gleich eigentlich auch mal nachgucken, wie viele Zähne haben wir eigentlich. 506. Können wir damit irgendwas machen? Nö. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist hier irgendwie was? Hier muss doch noch irgendwas sein, oder nicht? Hallo? Hallo? So. Oh. Ah, ich muss zwischendurch mal, wenn ich mal irgendwie husten muss oder ähnliches, immer mal kurz den Sound ausmachen. Hallo, Fischi? Fischi. Wow, Fischis. Was ist... Oh, wie gemein. Da ist eine unsichtbare Schnauze. Wie fies ist das denn? Das ist ja richtig kacke Arsch. Das ist ja voll gemein. Ja, warte. Ich hüpfe mal kurz hier erstmal hinein. Ach, yay. Krieg ich mal eine Rose, bitte? Nö. Keine Rose für Knob heute. Wow. So, und los. Feuer! Und du? Okay. Und jetzt? Komme ich hier hoch. Schön. Ah, ein Radularraum. Oh Gott, und ich gehe hier mit... wenigen Herzen rein, also wenigen... Oh, super. Meide ihn durch Ausweichen. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Töte oder werde getötet. Oh nein. Im Ernst. So, komm. Mach auf, mach auf. Ah, Fug. Na komm, den kriegst du noch. Schön. Immerhin. Wow. Wow, wow, wow. Ah, okay. Wir haben aber Herzen dazubekommen gehabt. Oh Gott. Ich würde gerne den anderen ins Target nehmen. Ah. Der dreht durch einmal. Wow. Ich bin doch ausgewichen. Ich bin doch ausge... Was ist... Oh, alter, Finne. Easy ist was anderes. Alter, Finne. Sein Chargen hier. Nicht witzig. Nicht witzig. Wow. Alter. So, okay. Jetzt haben wir nur noch den einen. Ai, 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 ai. So, okay. Weg, weg, weg. Den einen können wir noch kriegen. Den können wir ohne Probleme hinkriegen. Naja, vielleicht schon mit ein paar Problemen, aber... Wow. Entschuldigung. Ah. Okay. Zurück und zurück. Na, komm. Wieder so ein Dreier-Kombo. Okay, auch untypisch, glaube ich. Oh, sag mal. Was machst du denn? Nein. Nein. Ich hab kurz... Nein. Oh, nein. Ja, natürlich möchte ich bitte fortfahren. Ich schenke mir dabei mal kurz nochmal einen Schluck Tee ein. Gibt's doch nicht. Aber nur einen Schluck. Hä? Oh, los, komm. Hin da. So, jetzt aber. Hm. Alter, Ausschau, nach Scheitern, auf die du schießen kannst. Sie könnten dir den rechten Blick weisen. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Richtig, wir haben doch keine Uhr um, Leute. Wir haben doch keine Uhr um. So, jetzt stell ich mich mal aber... ...meine nicht ganz so blöd an. Ach, da hätte ich noch... Haha, so viel dazu. So, erstmal will ich die eine hier jetzt hinkriegen. Ja. Nein. Alter, au. So, okay. Der eine ist hin. Wow. Junge, Junge, Junge. So, weg. Okay, so. Na, nein. Ja. Ah, jetzt ist der gar nicht mehr da. Wow. 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 Oh, du. Ich bin doch weggekommen. Ich bin doch weg. Och, Mann. Ihr seid doch alle kacke, Arsch. Natürlich möchte ich fortfahren. Leute, was macht ihr denn? Tut das in Not? Glaubt nicht, ne? So, dann eben noch mal. So. Herrgott, noch eins. Das kann doch nicht angehen. Ist das denn die Möglichkeit? Das ist doch doof. Ist das doch... Nee, wir haben doch keine. So, wer ist... Ah, nee. Das ist der Falsche. Da. So, erst mal weg. Jetzt warte ich, bis der wieder kommt. Oh, ah. Komm, dreh dich mal in meine Richtung, Baby. Okay, den ersten habe ich weg, ohne... Au, 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 au. Ich wollte gerade sagen, den ersten habe ich weg, ohne getroffen worden zu sein. So. So. Na, ich treffe nicht. Verdammt, ich eins. Ah, ich will hier weg. So, okay. Jetzt ist der hin. Charging. Wow, ich wollte weg. So, komm ran nochmal. Mach nochmal den Stuff da. Uno. Dos. Drehs. Na, Baby. Ich glaube, du musst einmal chargen, genau. Das kann ich auch. Und? Uno. Dos. Drehs. Na, ihr merkt schon, ich bin hier gerade... Yay. Ein bisschen konzentrierter. Oh, der trifft ja auch gut. Ich seh's nicht. Wow. Hallo, Baby. Ja, geht doch. Hin ist hin. Oh, nicht im Ernst. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist nicht euer Ernst. Nicht im Ernst. Wie soll ich denn das anstellen? Das meint ihr nicht ernst, oder was? Das, das, das ist... Das wird nie was. So, ich bin, glaube ich, kurz unverwundbar, ne? Okay, Kurzzeit habe ich noch dafür. Jetzt aber nicht mehr. Wow, wow, wow. Okay, einen habe ich immerhin gekriegt in der Zeit. Jetzt aber schnell weg. Wow, richtig schnell weg. Ja, witzig. Wer soll das denn bitte schaffen, Leute? Im Ernst? Ich seh's nicht. Ich komm auch nicht ran. So, ha! Wow, 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 wow. Wie zur Hölle, bitte? Vor allem ist hier noch irgendwo einer, oder was? Okay, der... Ah, nee, hin ist der auch nicht. Ai, 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 ai. Oh, volle Konzentration. Volle, 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 vollste Konzentration. Ai, ai, ai. Wie soll man... Im Ernst? Jetzt komme ich da nicht ran. Nein, 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 nein! Oh Mann, ey. Wie hammerhart das ist. Ja, natürlich möchte ich bitte fortfahren. Wie hammerhart das ist. Aber Leute, jetzt kriegen wir das hin, oder? Was sagt ihr? Kriegen wir das hin? Ich meine, wir kriegen das hin. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Leute, das ist doch scheiße, ist das doch. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Nun, sowas macht ihr, wenn ich krank bin, oder wie? So, der ist hin. Also, noch nicht. Wow, hallo. So, okay. Der Erste ist jetzt hin. Wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Okay. Jetzt hält er sich einmal kurz in Starre. Oh Gott, jetzt habe ich zu viel an ein anderes Spiel gedacht. Okay. Wow! Ach cool, den habe ich aber geblockt. Hihi. Nice. So, komm, genau, mach mal. Ach, schon wieder. Ich lasse den teilweise echt immer los vorher, weil ich denke... Ah, ah, ah. Weil ich denke, der pariert den dann nicht. Also, der schleudert den nicht zurück, sondern blockt den dann halt nur. Und jetzt war es... Ja, genau! Oh, der ist doch kack... Und da habe ich nicht hingedrückt. So, komm. Ohne Schaden jetzt. Oh, komm. Das machst du doch jetzt. So, kannst du mal bitte? Yo. Ja, geht doch. Und weiter und weiter und weiter. Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe es nicht. Oh Mann, diese Blöden. Ich bin hier mega konzentriert, das merkt ihr aber schon. Oh. Alter Finne, ey. Ja, es geht auch auf keine grüne Kuhhaut, oder was? Vor allem kommt da jetzt gleich nochmal so eine Bagage an solchen Spacken. Ja? Ja, geht doch. So, erstmal Abstand gewinnen. So, pass auf. Wow! Natürlich, natürlich. Ja, aber so geht das auch. Ich kann die auch quasi ganz auf Entfernung machen, glaube ich. Hallo? Hallo? Lass mich doch in Ruhe. Hilfe! Oh, natürlich trifft er. Klar. Warum auch nicht? So, okay. Sehr gut. Weg. Hilfe! Es ist nicht wahr, oder? Und die dämlichen Ratten drehen da hinten durch, oder was? Ah! Komm, der ist hin. Nice. Ah! Okay. Nein, nicht runter. Wo ist der andere Typ? Da ist der andere Typ. Immer noch weiter raufkommen. Immer draufhauen. Ja, schön. Sehr gut. Ja, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Ich habe es tatsächlich geschafft. Komm, Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Du bist bescheuert mit deinem Zug, oder was? Nice. Wo ist denn die Rose jetzt? Ach, hier das Ding. Oh Gott. Gab das jetzt ein... Ah! Okay, ich glaub, das gab eine weitere Rose für uns. Jetzt ist aber der Hubmacher. Oh. Schön, das olle Teechen schlürfen. Okay. Oh. Das könnte eventuell knapp gewesen sein. So, weg hier. Stuff öffnen. Stuff gibt nichts. Klein machen, hier durchlaufen. So. Left trigger. Hm. Das sieht einladend aus, oder? Oder was sagt ihr? So, pass auf. Okay, das hat geholfen. Das hat was gebracht. Da oben ist jetzt eine... Ah! Hier vorne. Sehr schön. Ach nee. Eine Flasche. Aber Flasche ist auch nicht blöd. Haben wir hier noch irgendwie was Interessantes? So, ich glaube, bevor wir hier reinmarschieren, ich kann mir vorstellen, dass hier gleich ordentlich was ist, werde ich hier an dieser Stelle die Folge beenden und das auch mal schnell hochladen, denn in ungefähr einer Stunde soll diese Folge online kommen. Also wisst ihr auch genau, welcher Tag und wie viel Uhr es gerade ist. Ei, ei, ei. Oh, das macht mir... Das ist hier alles nicht so angenehm, ne? Irgendwie nicht. Na gut, liebe Leute. Eine Folge werde ich noch aufnehmen und dann hoffe ich, dass ich zum Wochenende wieder gesund bin, damit ihr auch Folgen mit Facecam und einer gesunden Stimme habt. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall. Ich möchte euch aber tatsächlich für die rege Beteiligung hier danken. Ich lese mir tatsächlich jeden Kommentar durch und versuche auch auf jeden eigentlich zu antworten. Es sei denn, es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Dann gibt es aber meistens ein Like von mir. Alles klar. Ja, ähm... Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, winke, winke. Ciao und tschüss.